moin moin und hallo heute möchte ich gerne zeigen wie ihr euer mazda cx5 starten könnt und die wieder ausmachen mit der keyless go funktion wir sitzen im fahrzeug haben den schlüssel bei uns das system erkennt den schlüssel wenn es im fahrgastraum sich befindet das heißt ihr müsst den schlüssel nicht speziell vorne hinten oben unten haben nee das ist nicht nötig das heißt also ihr könnt ihn zum beispiel hier ablassen oder ihr packt ihn euch einfach in die hose wo auch immer was auch geht ist natürlich hier jetzt liegt er hinten also ihr wisst oder habt jetzt gesehen der schlüssel lag hinten oder liegt hinten wie kriegen wir das fahrzeug denn jetzt gestartet erstens kupplung treten bei einem manuell getriebenen fahrzeug bremse treten bei einem automatik und manuell getrieben beide sachen getreten halten und dann seht ihr schon der freund leuchtet grün und wir können darauf drücken das fahrzeug gestartet wird ihr da ich gebe ein bisschen gas mit ihr seht motor läuft geil oder ich muss da einen schlüssel ins zündschloss stecken noch umdrehen irgendwas nix ich habe den schlüssel auf der rückbank liegen und es funktioniert trotzdem sehr nice wenn der schlüssel aber draußen ist funktioniert das nicht okay um das fahrzeug dann also wenn ihr jetzt das fahrzeug verlassen würde mit dem schlüssel würde der motor weiter laufen nur beim nächsten mal wenn das wenn das motorchen dann abgestellt wird dann wird es nicht wieder anspringen wenn ihr den schlüssel nicht wieder im fahrgastraum haben werden tut so wie kriegen wir denn das fahrzeug jetzt wieder raus also jetzt würden wir ganz normal fahren wenn wir am ende unter strecke angekommen sind dann heißt es bremsen stehen bleiben dann kupplung treten am besten immer erster gang rein handbremse ziehen nach oben lösen nach unten ziehen ihr seht auch farblich jetzt ist nichts an bremse ist gelöst ziehen handbremse gezogen jetzt haben wir also den ersten gang drin und wir haben die handbremse gezogen jetzt was wir jetzt machen ist wir werden das fahrzeug ausmachen start stopp knopf drücken fahrzeug ist aus damit ist das fahrzeug jetzt aus wir können uns dann das fahrzeug verlassen abschließen etc nice oder cooles teil aber manchmal möchte man ja nicht den motor starten früher war das ja so reinstecken erste runde zweite runde dritte ist der anlasser dann rutscht es nach der dritten runde wieder auf die zweite runde zurück hier ist es so wir haben jetzt das fahrzeug aus es ist aus es geht nur noch fünf minuten können wir noch die sachen einstellen radio wird vielleicht noch eine halbe stunde laufen danach geht sie geht es nämlich in den ruhemodus des fahrzeugs über wenn ihr jetzt aber doch noch verbraucher haben wollt obwohl der motor aus ist dann müsst ihr wieder im fahrzeug sitzen der schlüssel muss sich auch im fahrzeug befinden und dann drücken wir einmal kurz auf start stopp engine jetzt leuchtet es orange und ihr seht dass das display angeht wir können jetzt mucke hören etc und wir können kleinere sachen erledigen wenn wir jetzt noch einmal drücken noch einmal drücken habt ihr gehört macht es wir bleiben orange aber überall geht das licht an jetzt sind wir in der funktion dass strom überall an liegt alle verbraucher sind an außer die mechanik spricht der motor wird noch nicht angelassen jetzt können wir auch hier die digital displays uns angucken einstellungen machen was auch immer wir können die kameras bedienen und anschauen wir können alles mögliche machen nur halt nicht fahren fahren können wir erst pass auf ich habe jetzt kein pedal gedrückt und wir versuchen jetzt mal zu starten nein geht nicht es geht wieder aus ich drücke wieder erste zweite zum motor start geht nicht er will nicht er will also nur starten deshalb das ist nämlich manchmal die sache die leute setzen sich hier rein und kriegen das auto nicht an warum weil man nicht die kupplung getreten hat kupplung treten bremspedal treten dann wird das lämmchen grün wie ihr seht und dann können wir das fahrzeug starten nice wenn ihr dann im stand stehen bleiben wollt kupplung raus checkt ob die bremse gezogen ist die handbremse und dann bleiben wir auch stehen mit laufenden motor kein ding um das fahrzeug wieder auszumachen den engine knopf wieder drücken so könnt ihr also ganz normal euer fahrzeug bewegen was auch ist jetzt ist die unterstützung die lenkkraft unterstützung gerade an wenn wir das fahrzeug ausmachen dann lenkradschloss drin ok auch die besagte lenkunterstützung ist dann aus wenn wir aber dann wieder drücken zweite mal dann sind wir wieder am start und können mit dem drücken auf dem auf das kupplungspedal und auf die bremse das fahrzeug starten und damit sage ich vielen ab fürs zuschauen bitte abonniert mich gibt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal sun sun bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal